Zehn Fragen von euch in keine Ahnung wieviel Sekunden in real life. Das war doch Apecrime, oder? Genius! Den 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 Ich bin mal wieder. Jo, wo bin der Berries? Was geht ab? Ich hab von boah, Digga, hau mal das geile Intro rein. Ja, willkommen Leute in meinem Office. In meinem neuen Bereich. Du bist hier raus, dass Rafa der hinter der Kamera ist, Bro. Was geht ab, man? Und wir wollen nicht lange schnacken, Leute. Ich würd sagen, die erste Frage kommt jetzt einfach direkt rein. Ich red wie Alberto vom Frühjahr. Kennst du das? Ja, so was? Kennst du das? Nein, kennst du dich? Los geht's! Wie lange willst du die Haare noch behalten, also die Dreads? Aber keine Angst, Leute. Nächste Woche hab ich wieder neue, vielleicht. A wife hat 700.000 Abos. Ihr Statement? Ey, Lukas. Ja, was geht's? Halt's Maul. So zeigt man wahre Liebe. Wie kommst du nur immer auf die Melodien von deinen Songs? Leute, wie ich auf meine Melodien komm, ist eigentlich ganz easy und zwar passiert das alles so. Erstmal geb ich in der Suchzeile ApoRed ein G auf seinen Kanal, such das neueste Video. Ja, moin Leute, Apos auf trocken. Dann hol ich's von YouTube, schneid ich's dann ein bisschen zusammen, kopier's dann einfach mal 5000 Mal und dann kommt sowas eigentlich dabei raus. Apos, 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 Apos. Ja, es geht wieder um die Apos. Und schon haben wir die erste Strophe und die Melodie für den Song. Ich würd sagen, los geht's! Mach mal einen kleinen Diss-Track gegen a wife, den Fettsack. War's dein Traum, YouTuber zu werden? Ja, Leute, ich hatte einen Traum. In meinem Traum bin ich einfach ganz normal aufgestanden, wollte was zum Essen holen, hab den Kühlschrank aufgemacht und sah dann den besten Joghurt meines Lebens. Ja, Leute, so in der Art ist es abgelaufen. Auf jeden Fall ist mein Traum gewesen, YouTube zu machen, aber auch einen Joghurt zu essen. Welcher ist dein Lieblingsschuh? Ja, haha, moiin Leute, Apos, 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 Apos On,'? Mein Kanal Leute, da haben wir den Adidas- Moment, Musik.- Hintergrund. Ah, die Adidas Boost, Yisibus! Der ist limitiert, den gibt es nur drei Mal auf der Welt, ich habe ihn drei mal. Der ist richtig neu, das erkennt man auch hier an seinen Sohle, Leute. Seht ihr das? HEFTIGE! So läuft der Hase auf jeden Fall. Wer ist für dich YouTube Deutschland? Wer YouTube Deutschland für mich ist, es ist ein alter Mann mit Brille, der schon seit Jahren dabei ist, meine Freunde. Darf ich raten? Wer? Kronk. Ja, Mann, Kronk ist eigentlich YouTube Deutschland für mich, Mann. No, party, yeah. Okay? Kannst du mal Miguel Pablo pranken? Das ist ein solcher! Oh, Gott! Das ist ein ganz klarer Fall. Vom Pussy. Jordan oder Yeezy? Leute, das war's noch nicht, ich hab noch eine weitere Kollektion, nur für euch, Leute. Wir haben hier den Adidas John Yeezy, Leute. Ihr fragt euch, warum John Yeezy? Das ist Jordan, das ist Yeezy. Zusammen John Yeezy. Könntest du mal einen Rap-Cover machen? Du 21, Bruder, du kannst nichts. Tu's dir nicht an, dir fehlt die Puste, Minuten nach Ampfe. Glaub mir am Angriff, Diggi, fick ich jeden. Leute, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei sein wollt, schreibt bei Instagram neue Fragen oder hier bei YouTube.